Am nächsten Wochenende ist auch keine Zeit für einen ruhigen Typen, da ist Derby angesagt. Wie spannend ist das für dich, das erste Mal dieses Derby zu erleben, dann auch gleich auswärts? Ja, ich freue mich ein bisschen mehr zu Hause, aber das wird größer. Ich liebe diese Derbys. Von Dänemark war auch ganz, ganz groß. Immer Volltribüne und ja, das war zweimal pro Jahr die beste Zeit. Und ich habe einmal in Bremen, Hamburg das probiert, aber ich erwarte ein bisschen mehr hier. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Leidenschaft und Herz und wie sagt man Hell? Hass. Hass? Hass? Gesunde Rivalität vielleicht? Das heißt... Ja, aber in einem guten Weg.